Ein herzliches Willkommen zurück bei World of Warcraft. Hallo Dalu und hallo Exterior. Hi Molenja und hallo ihr lieben Zuschauer. Wir liegen immer noch im Haufen toter Trolle. Naja, Haufen geht's. Nein, wir liegen nicht, wir stehen. Hätten sie auch eben hinlegen können, auch kein Problem. Ja, manchmal bin ich leicht verpeilt. Am Frühmorgen darf man das. Einen Bauplan. Ach, den seht ihr gar nicht. Doch, seh ich. Doch, auch. Ingenieur. Hattest du eigentlich jetzt schon Berufe, Dalu? Ingenieur und Alchemist. Ja, guck, dann ist das ja was für dich. Das wär ja nicht gedroppt, glaub ich. Weiß nie, ist das nicht random? Ja. Droppen trotzdem, das ist egal. War's nicht mal ne Zeit lang so, dass man, ach nee, aufheben gebundene Baupläne wird jetzt keiner sehen. Also wenn jetzt ein aufhebener Bauplan droppt und wir haben kein Inji dabei, dann sieht den auch keiner. Genau. Richtig. Oh, damals hat man die Pläne auch noch so teuer verkauft, erinnere ich mich an, da gab es das Scharfschützengewehr und so eine komische Drehscheibe, so ein Schild, was, wenn du Pech hattest, halt dir Damage gemacht hat, aber sonst ganz gut war. Kern Scharfschützen, ja genau. Also die Klauen hab ich jetzt komplett, aber ich glaub... Die hab ich auch. Ähm, es fehlen doch diese Stäbe. Die hab ich aber, glaub ich, auch voll. Ne, ne, einer ist in dem Haus da drin. Okay. Na ne, Hexerstaben hab ich auch noch nicht voll. Ne. Welches Item habt ihr in WoW am längsten gefarmt oder versucht zusammenzukriegen? Oh je. Da muss ich auch erstmal überlegen. Wenn es mehrere waren. Boah. Das fällt mir so spontan gar nicht an. Mir auch nicht, ich hab für vieles lange gebraucht. Auch so für Style-Items? Ne. Ne, Style ging ja immer recht schnell, weil du die meisten Sachen ja mittlerweile so gelaufen kannst. Ja, aber du wolltest ja nichts 0815-mäßiges haben. Du wolltest ja cool aussehen. Mein Death Knight zum Beispiel hat eine Rüstung an. Die trägt sonst keinen Arsch. Okay. Damit siehst du nie jemanden. Und die sieht echt gut aus. Du wirst auch sau oft drauf angesprochen, woher die Rüstung ist. Mittlerweile steht's ja leider dran. Also wenn man drüber guckt, steht ja drunter. Was das ist, das ist ein bisschen blöd. Will ich nicht. Also am längsten, glaube ich, habe ich gebraucht für mein T5-Set. Ja gut, aber da musst du ja einfach in Inni sozusagen reingehen und es halt hoffen, dass es droppt. Ich meine Gegenstände, wo du jetzt wirklich durchgehend reingehen konntest. Also fünfmal pro Stunde. So irgendein Heroic-Item oder sowas halt. Ich glaube, es gab da bei V-Hotel-Karne-Inni, Aciol-Nerup, glaube ich, ist das. Da hat der, dieser Spinnen-Boss so ein Ausdauer-Schmuckstück getroppt. Und da war ich auch 10.000 Mal drin, um das zu kriegen. Wartet, wartet, da oben, der Boss noch, der ist hier hinten. Ah, der ist gerade da oben, ja. Ja, ich erinnere mich an die Aciol-Nerup, aber Entschuldigung, das muss ja blau gewesen sein dann, ne? Ähm, ich weiß es gar nicht genau, das kann ich nicht mehr sagen. Auf jeden Fall wollte ich dieses Schmuckstück unbedingt haben und das ist halt nie getroppt. Aber Aciol-Nerup ging ja Gott sei Dank auch sehr schnell, das war ja die ganz kurze Instanz. Das Problem war ja, dass du auf Hero nur einmal täglich gehen konntest. Es ist nachdem, du kommst mit Random rein. Ja, das stimmt. Das kannst du Instanzen auch öfter machen. Ähm, lustig war in WUTLK, ich weiß nicht, wie die Instanz heißt, das ist die Instanz, wo das Mount auch droppen kann. Wo du einmal den Boss hast, wo einer immer auf diesen Tisch gelegt wird und das Schwert kommt von oben runter. Man muss das Schwert kaputt machen, rechtzeitig. Wisst ihr, welche Instanz ich meine? Ähm, ja, ja, ja. Und die Instanz, ich weiß nicht, wie die Instanz heißt, aber die Instanz konnte man auf Heroic in 7 Minuten beenden. Okay. Mit allen Bossen töten. Weil als Death Knight warst du so overpowered in WUTLK, dass du einfach komplett die ganze Indie gepulterst. Wenn du einen guten Heiler dabei hattest, konntest du einfach nur durchgehen. Wollen wir jetzt nochmal versuchen, den Dicken zu suchen oder gehen wir erst nach oben rechts? Wir haben immer noch eine Quest, das Essen. Das Essen, genau. Wir müssen noch das Essen machen, aber irgendwie geht das hier an diesem Kessel jetzt nicht. Warte, wo? Ah, hier vielleicht. Ja. Okay. Greifen einer, was macht noch, oder? Ja, aber wir brauchen noch zwei. Aber es gibt noch... Gucken wir nochmal oben, ob da noch was steht. Ne, einer ist hier. Wir fangen gerade drauf zu. Guck mal, die greifen uns gar nicht mehr an. Na doch. Ne, der greift dich an. Ja, hier ist nix. Hallo? Ja, immer den Beifahrer, ne? Hier ist noch einer. Ich kümmere mich mal eben um die Gesellschaft. Und Lenya, wo bist du? Ich bin hier. Oder bei euch, danke ich nicht mehr. So, jetzt haben wir ein paar erwischt. Da haben wir eine Kacke drin. Hast du den auch abgekommen, Lenya? Ja. Und der andere steht auch... Ich bekomme die irgendwie nicht ab. Was habt ihr denn für eine Quest? Doch, steht bei dir auch, dass du das hast. Wurde bei mir gar nicht angezeigt. Der andere ist in diese Richtung. Welches Gebiet fandet ihr damals am besten? Vom Leveln her jetzt. Nagrand. Oh, nee. Das war übel. Ich fand Nagrand so toll. Das sieht optisch ziemlich geil aus. Das ist in der Scherbenwelt für die Leute, die das nicht wissen. Feuerlande. Feuerlande ist ja Cutter. Ja. Du wolltest Classic, ne? Vom Leveln her. Ich muss gerade überlegen, was mag ich denn da? Rotkamengebirge fand ich ganz gut. Nee, Rotkamengebirge mag ich so gar nicht. Echt? Was ich sehr nervig fand, war Dämmerwald. Den fand ich echt nervig. Dämmerwald, den schnell vorbei fand ich. Ich fand Strangethorn sehr... Wie heißt denn das Gebiet noch? Schlingdornthal. Schlingdornthal, genau. Habe ich auch gerade gesucht. Das finde ich eigentlich auch ganz okay. Also das erste Gebiet, das zweite mag ich nicht mehr so. Ötland ging auch noch brennende Steppe, fand ich auch gut. Das sah halt echt gut aus. Also Strangethorn. Ich fand das irgendwo ganz cool gemacht. Auch mit diesen Seiten. Das war zwar die nervigste Quest von allen. Die grünen Hügel von Strangethornthal. Das war übel, ja. Aber ich habe die irgendwann hinterher alle auf der Bank gehabt. Und jetzt kriegst du die ja sofort, ne? Ja. Beim ersten Mob, den du umhaust, ist diese eine Seite, die du brauchst, ne? Es gibt ja auch weniger jetzt. Damals gab es ja irgendwie 43 oder so. 43 Stück, genau. Diese lästigen Seiten. Eine einzige Seite 14 ist die einzige, die übrig geblieben ist. Und da, wie gesagt, erster Mob und da ist sie drin. Da war auf jeden Fall ein cooles Gebiet. Und ich fand, Westphal ist zwar nicht schön, aber war auf einmal was anderes. Weil man vorher die ganze Zeit in diesem Waldgebiet war, so. Und dann kam man auf einmal in so eine Art Wüst. Ja, Westphal hat sich ja auch jetzt verändert, ne? Ja. Haben sie ja auch total ungeändert. Ja, ich fand das alte, ja, nicht so schön. Mittlerweile das neu gestaltete, von den Quests auch her, interessant. Mit dem Detektiv, da musst du ja ein Detektiv spielen. In dem Sinne. War auch ganz interessant. Ja, finde ich auch ganz nett. Kennt ihr noch das seltene Hemd? Es gibt ein Hemd, also du kannst ja mehrere... Gibt es überhaupt noch Hemden? Ja, ja. Man kann sich ja auch manchmal ein lila Hemd schneidern lassen, weil es dann zur Rüstung passt oder so. Ja, ja, ja. Genau. Und es gibt ein Hemd, das kriegst du über eine Quest. Über eine Quest? Ja, Captain Sanders Hemd heißt das, glaube ich. Und diese Quest findet man in einer Flasche in Westphal. Ja, ja. Stimmt, im Wasser, am Meer. Ja. Ja, ja, genau. Ja. Mal auf eine etwas längere Questreihe, ne? Ja. Genau. Wobei ich glaube, die Questreihe gibt es nicht mehr. Ich... Also man findet jetzt ja immer eine Quest am Strand. Gibt es die nicht mehr? Schade. Das fand ich eigentlich immer am interessantesten, diese Questreihe zu machen. Die habe ich ziemlich gerne gemacht. Du musst es ja wirklich an verschiedenen Orten halt auch suchen. Obwohl, warte mal. Nach Hinweisen. Die gibt es noch. Aber die... Gibt man auch Captain Sanders Hemd? Das weiß ich nicht, ob man das noch kriegt. Aber die... Die, ähm... Quest gibt es noch für die Schatzsucher. Hätten jetzt auf der Allianz Seite sein müssen, um das zu sehen. Ja. Also ich meine, die Quest war damals rar gewesen. Die lag da nicht so oft rum. Aber bei meiner damaligen WoW-Einführung, ähm... Hatte ich die Quest, glaube ich, noch gehabt. Ja. Ja, ich brech die schon immer ab. Die nervt mich mittlerweile schon. Wenn man die jedes Mal kriegt... Das war sogar noch vor Cutter-Zeiten. Wo kriegt man eigentlich diese Schlüssel her? Äh... Schurke sein? Ja. Ja? Das sind Schurkenkisten, ja. Mhm. Ähm... Äh... Und mit Schmied kannst du auch Schlüssel bauen. Ähm... Was wollte ich gerade sagen? Es gibt voll viele Gegenstände, die halt irgendeinen besonderen Effekt machen. Und da gibt es auch manche Quests, das muss man natürlich wissen. Äh... Die darf man nicht abbrechen. Zum Beispiel mit meinem Schurken habe ich eine Quest, da musste man so ein Eis einfach nur zu wem bringen. Die ist reingekommen, ich glaube, mit Cutter in die Low-Level-Gebiete. Dort konntest du eine Quest machen. Da musst du einfach nur Eis abliefern. Und du hast... Ja, und du hast aber eine Eismaschine auf dem Rücken bekommen. So zwei Tanks. Das sind zwei blaue Tanks. Die sehen saucool aus. Und ich habe die Quest einfach nicht abgegeben. Und habe mit meinem Schurken jetzt dauerhaft zwei Tanks auf dem Rücken. Und das sieht echt cool aus. Und die Quest werde ich auch nicht abgeben. Kenne ich gar nicht diese Quest. Ich auch nicht. Das ist im neuen Tanaris gab es die. Da gab es dann auch nochmal eine Quest. Die haben die rausgenommen danach, weil das zu viele gemacht haben. Weil bei uns spricht sich sowas dann immer rum. Oder hat sich rumgesprochen. Dort hast du ein Spiegelbild von dir bekommen, was dir hinterher gelaufen ist. Für kurze Zeit. Und die Quest haben auch einfach mal alle nicht abgegeben. Und dann waren alle in Ogrimma halt zweimal so ungefähr. Auch nicht schlecht. Und das haben sie aber rausgenommen leider. Und auf solche Quests muss man irgendwie mal achten. Ich liebe Questgegenstände, die du überall benutzen kannst. Genauso kannst du in einer Quest, in dem Teufelswald heißt der mittlerweile. Da musst du so eine Blitzkugel auf den Boden werfen und daneben Monster töten. Die Blitzkugel kannst du aber auch außerhalb des Teufelswalds werfen. Das heißt, ich habe jetzt überall so einen Vortex, den ich hinwerfen kann. Auch nicht schlecht. Sowas finde ich ganz cool. Da habe ich nie wirklich drauf geachtet, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich glaube... So einen kleinen Witze finde ich gut. Und wir haben ja alles, oder? Ne, eine Seite fehlt. Ne, eine fehlt noch. Den habe ich jetzt hier gerade. Wenn euch noch mehr von solchen Gegenständen einfallen. Ich weiß, es gibt da noch ganz viele. Und wenn ich umloggen würde, würde ich die auch alle sehen. Hier gibt es ja unendlich unzählige von. Ja. War eine feine Sache. Aber am besten finde ich immer noch die Täuschungskugel. Hm. Täuschungskugel, die sagt mir was. Hat 30 Minuten Cooldown. Ich glaube sogar mittlerweile mehr. Und du verweinst dich 5 Minuten in das Pendant der anderen Fraktionen. Genau. Ja, ja. Da gibt es aber auch mehrere von. Ja. Ja, es gibt noch eine speziell für Blutelfen. Dass du dich direkt in einen Blutelfen verwandelst. Gibt es solche Sachen jetzt nicht auch über Archäologie, dass man die jetzt finden kann? Es gibt mehrere Sachen. Warte, die Quests nicht annehmen. Das sind wahrscheinlich wieder nur Grüne. Keine Quests mehr annehmen. Wir geben nur noch ab. Nichts auch die Folgequests nicht annehmen. Okay. Wir sind eh bald aus dem Gebiet raus. Ja, wir sollten wechseln. Ja. Einfach nur alles weg. Raus aus der Geisterlande. Ich habe es aber immer gehasst, wenn man Quests hatte, die man erst annehmen konnte, wenn man die und die und die Quests gemacht hat vorher, die so gar nichts miteinander zu tun hatten. Und dann musstest du das voll weit zurückverfolgen, bis du halt endlich rausgefunden hast, welche... Habt ihr diese Quest angenommen gehabt mit dem Apotheker? Ne, wir haben nichts mehr angenommen. Achso. Also ich habe jetzt noch eine Quest, die ist gesucht Faulbein und meine Klassik. Weil das hatte ich nämlich gar nicht. Ihr habt die gerade hier abgegeben beim Apotheker hier oben, ne? Ja. Die habe ich gar nicht angenommen. Wieviel fehlt dir noch zum Level-Up-Exterior? Äh, anderthalb Balken. Wieviel fehlt dir noch? Ähm, den Viertelbalken. Jetzt haben wir Exterior überholen. Yay. Ja, aber ich habe die Quest nicht angenommen gehabt. Ah, Mist. Ah, ich habe auch auf die Zahlen nicht geachtet im Quest-Log. Ich auch nicht. Tut uns leid. Bei mir zumindest. Auf dem Ländler-Light-Wire sind. Doch, auch ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Das gleicht sich eh irgendwann wieder aus. Wir machen Hälfte-Hälfte mit den Spritkosten, ne? Wenn du schon nichts selber machst. Naja, natürlich. Wir werden verfolgt. Hast du den Sandstein-Drachen? Also, aus dieser doofen Fiole aus Archäologie? Mhm. Ne, ich bin grundsätzlich jemand, der kein Glück hat. Ja, geht mir auch so. Das Ding, die Fiole, die habe ich gesucht. Ja, nicht gefunden. Bis jetzt noch nicht. Ich erinnere mich immer noch gerne an die feierliche Zeremonie, wo wir die Trollfragmente alle verbraucht haben, weil ich dieses Schwert haben wollte aus Style. Ich liebe diesen Drachen. Millionen Fragmente gesammelt. Wir stehen extra noch in Sul-Gurub, haben wir uns reingestellt, an den Trolltempel, so um alles perfekt zu machen. So alle Chancen irgendwie erhöhen. Und nix. Am Ende nix bekommen. Irgendwie einen Monat habe ich gefahren. Und ich habe mich auch zurückgehalten, nicht zu drücken. So, weißt du? Nicht einmal die Fragmente. Ich sammle erst einen Monat, damit ich mir Nummer sicher sein kann, ich kriege das Ding nix. Ja, das ist auch immer so eine Sache. Es gab ja auch mal eine Quest, die du in Winterquell machen konntest, um dein... Also du hast erst diesen Pet gekriegt. Ich muss mal eben gucken, wie der heißt. Beziehungsweise Haustier. War das dieser Winterquelljunge? Der Winterquelljunge? Ja, ich muss eben gucken. Ich habe einen Sklaven. Wo ist dieses Vieh jetzt? Ja, das Winterquelljunges, glaube ich. Genau, Winterquelljunges. Ah, hier liegt schon mal Faulbein. Da hast du ja diesen kleinen Tiger gekriegt. Und es gab in Winterquell ja diese Quest, wo du halt dieses Tier erst mal das Jagen beibringen musstest. Dann musstest du... Ich weiß noch nicht, wie viele Quests das waren. Das war eine ganze Questreihe. Und irgendwann war dieser kleine Pet erwachsen und konnte es als Reittier verwenden. Diese Quest, die habe ich schon Ewigkeiten und noch nie gemacht. Das ist doch ein rosaner Tiger, ne? Ja, ja, genau. Also Lila. Gibt es die Quest noch? Also das Haustier habe ich wohl, aber... Die Quest gibt es, glaube ich, noch. Ja, so einen Tag lang. Dann kriegst du irgendwann ein Ei oder so. War das nicht so? Ein Ei? Es gab auch noch... Ach nee, das war ein anderes Gebiet unten um Guru Krater. Da konntest du auch noch ein Pet kriegen. Da hast du eine andere Story. Ja. Nee, aber das mit dem Tiger kenne ich. Das ging aber auch mindestens 14 Tage oder so. Ja, das musstest du wirklich täglich machen. Quasi wie eine Daily. Ja, gut, das ist kein Ding. Also da habe ich Durchhaltevermögen, wenn ich was haben will. Ja, ich habe damals nicht gehabt. Und ich habe, glaube ich, auch die Quest wieder weggepackt bei Nanuna. Bin ich mir gerade nicht sicher. Müsste ich nachher mal gucken, ob ich die Quest noch habe. Ich habe sie mal angefangen. Du brauchst das auch bestimmtes Gold. Brauchtest du? Ich glaube, 30 Gold. Dann brauchst du an... Wann waren das? So ähnlich wie Leinstoff brauchst du und dann halt gewisses Fressen für ihn. Und das konntest du dann halt jeden Tag machen. Du musst mit ihm ja auch jagen gehen. Ja, ich erinnere mich. Man guckt gerade, dass du ein Ei bekommen. Und wenn du das irgendwie auch jeden Tag irgendwas damit gemacht hast, dann konnte das auch irgendwann schlüpfen. Das war nicht vorgegeben. Und irgendwann hattest du dann daraus auch einen Mount. Das finde ich eigentlich richtig toll. Wenn man halt sich das Mount wirklich erarbeiten muss. Jetzt nicht in einer Raten oder einer Instanz, sondern einfach so. Das fand ich immer ganz toll. Wenn du sowieso den Endcontent hattest, du hattest ja quasi immer irgendwo eine Aufgabe. Entweder hast du Erfolge verfolgt oder hast dann halt diese kleinen Mini-Quests gemacht, um irgendwelche Pads oder Mounts zu bekommen. Das fand ich eigentlich immer sehr interessant. Vor allem die Erfolge. Da war ich immer sehr heiß hinterher. Die Erfolge gab es ja damals noch gar nicht. Nee, das ist auch erst durch Cutter, ne? Ja, glaube ich. VOTLK doch auch schon. Komm, VOTLK gab es auch schon Erfolge, ja. Vor allen Dingen, du konntest die ja auch von Classic auf trotzdem verfolgen quasi. Du hast die meisten Erfolge ja auch bekommen, wenn du noch irgendwas im Inventar hattest oder auf der Bank was damit zu tun hattest. Genau, auch wo du jetzt schon Level 80 warst, du hast trotzdem den Erfolg gekriegt, das wurde 10, 20, ne? Genau. Hast ja auch alle gekriegt. Ich muss mal ganz kurz hier Faulbein abwarten. Der läuft ja auf jeden Fall rum. Ich habe schon die ganze Zeit slash target Faulbein, schreibe ich ganz in den Stellen. Was sagt denn unsere Zeit? 19. 19. Ich würde sagen, nach einer Minute hören wir den, also beenden wir den Part, warten hier ab, wenn er da ist und beenden dann die Folge wieder. Ach, äh, beenden, ja. Ich und meine verwirrenden Texte hier. Seid ihr denn hin? Immer wieder um diesen Tempel rum, hier wo seine Leiche lag. Aber wenn die Leiche weg ist, muss er auch direkt respawn sein. Ja, aber meist, äh, der spawnt aber nicht immer an gleichem Ort. Ja, nein, der spawnt natürlich nicht da, wo er stirbt, aber ich bin jetzt einmal komplett hochgefahren mit dir. Und irgendwo muss er ja auch langlaufen. Ich seh den nirgends. Ah, der läuft hier lang, genau, über diesen Pfad, glaub ich, und da ist er. Da ist er doch. Da ist er. Der wird aber schon angegriffen. Lad ihn schnell ein, lad mal den Typen schnell ein. Ach, so sind zwei. Das sind zwei, geht nicht. Haut mal mit drauf, vielleicht kriegt man den noch. Nein. Ne, 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 der ist vertraut. Der gehört nicht zu uns. Also bei den höheren Gebieten, da kannst du ab und an mit draufhauen und dann zählt der trotzdem. Ne, der zählt aber nicht. Das ist, äh, von zeitlosen Inseln zählt das. Da brauchst du noch einmal draufhauen und kriegst trotzdem später das Equipment dafür. Es gibt einige MOP ja auch und so, wo du dann mit draufhaust und dann kannst du die mit looten und so. Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo WoW das umgestellt hat und richtig verschissen hat. Da hat nämlich der den Mob bekommen, der am meisten Damage gemacht hat. Und da konntest du den Leuten die Mobs noch wegnehmen, auch wenn die schon dran waren. Das war so übel. So, er braucht den auch noch. Hm, deswegen hab ich den eingeladen. Ja, wir sind doch grad am Anmelden hier. Der soll nicht abbrechen dann. Das wär doof. Ne, er läuft noch weiter. Aber wir sind schon seit, äh, 36 Minuten dabei. Ja, ich mein ja nur. Ich mein ja nur. Ah, okay, dann, äh, ja, benen wir jetzt am besten den Part, suchen dann nochmal Faulbau und gehen dann ins Battleground. Genau. Genau, ich würd sagen, wir wenden wir jetzt erstmal den Part. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.